Hallo, das nächste Thema ist der Fischwald. Nachzulesen auf den Seiten 21 bis 22 und 45 bis 57. Sagen wir, wir haben hier einen schönen Fluss und wir haben hier einen schönen Wald. Durch den Wald haben wir hier relativ viel Schatten, das heißt das Wasser ist gar nicht so warm und es können sich natürlich Fische ansiedeln. Außerdem kann es sein, dass wie bei Mangroven die Wurzeln von den Bäumen so mit ins Wasser ragen und dadurch bieten die im Grunde perfekte Laichplätze oder allgemeinen Lebensraum für kleinere Fische, kleinere Krebse und sowas. Und kleinere Fische heißt meistens auch, dass dann wieder ein bisschen größere Fische was zu essen haben und das führt dann mit der Nahrungskette wieder zu großen Fischen, die der Mensch essen kann. Außerdem, was passiert noch bei Bäumen? Wir haben natürlich viele Blätter, die da durch die Gegend fliegen. Die landen dann hier im Fluss, werden irgendwie zersetzt und durch die Nahrungskette landen die dann auch wieder als Futter bei den Fischen im Magen. Und wenn sie bei den Fischen im Magen gelandet sind, landen sie auch dann bei größeren Fischen im Magen, die wir als Menschen dann essen können. Was gibt es noch auf Bäumen? Da gibt es natürlich viele Insekten. Und was passiert mit den Insekten? Da fällt auch mal ein, zwei runter. Fallen auch mal ein, zwei runter. Die sind natürlich meistens ein bisschen kleiner als jetzt hier dargestellt. Und diese Insekten können eben auch von Fischen gegessen werden. Und das ist ein gar nicht mal zu vernachlässigender wichtiger Punkt für die Fische. Im Buch steht was von 10 Gramm Insekten pro Quadratmeter pro Tag im Sommer. Also ein großes Nahrungsangebot. So, was passiert jetzt, wenn der Wald verschwindet? Dann haben wir auch keinen Schatten mehr und wir haben natürlich auch keine Blätter und wir haben auch keine Insekten mehr. Das heißt, wir haben keine Nahrungsquelle mehr für die Fische. Wir haben auch keine Laichplätze mehr für die Fische. Und was auch sehr wichtig ist, wir haben keinen Sonnenschutz mehr für den Fluss. Das heißt, der Fluss, der heizt sich immer weiter auf, wie halt ein normaler warmer Fluss. Und dann ist das kein Lebensraum mehr für die Fische. Es ist einfach zu warm. Das heißt, die Fische verschwinden. Das heißt, da, wo im Grunde vorher ein Biotop war, weil einfach nur hier ein Wald gestanden hat, ist jetzt, weil der Wald abgeholzt ist und kein Schatten mehr da ist, einfach gar nichts mehr. Und wenn hier keine kleinen Fische sind, die dann nachher ins Meer schwimmen können und da dann irgendwie große Fische ernähren können, dann geht natürlich auch das Nahrungsangebot für den Menschen verloren. Und das scheinen die wohl früher in der Edo-Zeit gewusst zu haben und haben gesagt, ein Kopf für einen Baum. Wenn man einen Baum in so einem Fischwald gefällt hat, dann wurde man dafür hingerichtet. Das war's auch schon dazu. Vielen Dank fürs Schauen. Kommentare und Fragen in die Kommentare. Und Video-Updates oder Korrekturen wie immer in der Videobeschreibung. Und Video-Updates oder Korrekturen wie immer in der Videobeschreibung.